Achso Leute, gleich bricht die 45. Minute an, ne? Nicht, dass wir wieder Tor kassieren. Entweder Bier machen... Was ist das für ein Pessel? Wer ist dieser Uli, Alter? Gabi, hast du keinen Bock Tore zu machen? Uli! Uli! Gabi! Gabi, hast du keinen Bock Tore zu machen? Uli! Uli! Gabi! Gabi! Kontroller, Herzbeck, Asi Axel... Let's go! Leute, wir haben den Gegner krisiert. Der Liegeverteidiger ist natürlich der überragendste Mann auf dem Platz. Dankeschön, Daceno. Das Kompliment nehme ich sehr gerne an. Vielen Dank! Ja, Y-Pick-Stützer, kannst du mal sehen, ne? Wie das hier alles läuft auch immer. Hey, Team Topovic! Oh, hier ist das! Sehr gut, schön gemacht. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe schon Spaß gemacht. Ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denns? Oh, das ist das ist, was ist das mal ein roman看ker. Ich bin frei.